die dhv news vom 2 april 2021 new york legalisiert cannabis hanfbar urteil bgh zu cbd blüten herzlich willkommen bei den dhv news ihr wisst letzte woche gab es keine news ich war zum kettensägen massaker im wald ich habe das gesund überlebt nur ein paar tote bäume sind jetzt noch toter georgs erster baum und weiter hinweis zu dem thema wir drehen mittwochs jetzt schon wegen der osterfeiertage das heißt wenn jetzt donnerstag oder freitag vor ostern noch irgendwas wichtiges passiert ist und nicht in den news auftaucht ist das kein wunder müsst euch nicht beschweren kommt dann nächste mal noch ein hinweis arte hat ein einen film gemacht eine reise durch die zeit zum thema cannabis und popkultur liege leiset auf arte tracks ist halt so ein popkultur magazin ich muss zugeben ich habe selber noch gar nicht gesehen ich komme ja selber aus dem urlaub gerade erst zurück aber positive kommentare habe ich gesehen leuten hat es gefallen und ich habe die ehre selbst drin aufzutauchen an mehreren stellen mit dem interview was ich arte gegeben habe und unter anderem auch richter müller soll eine gute sache sein der link ist in der video beschreibung falls ihr euch das mal noch anschauen wollt und noch ein punkt in eigener sache und zwar muss ich mich jetzt mal offiziell von w-tube offensichtlich distanzieren ja es gibt leute da draußen die denken wir hätten auf w-tube einen kanal gemacht und jetzt die allermeisten hoffentlich kennen w-tube überhaupt nicht ich kannte w-tube auch nicht bis irgendwelche leute gesagt haben wie könnt ihr da nur einen kanal machen und so da habe ich mir w-tube angeguckt ja irgendeine verschwörer plattform rund um attila hildmann mit seinen hassreden der nennt sich ja selber irgendwie verschwörungsprediger und ultra rechts und so weiter ja also kranker scheiß sozusagen als wenn wir dann einen kanal aufmachen würden verstehe ich gar nicht wie leute da glauben können aber ja andererseits hatten wir hier auf youtube auch zensurprobleme und w-tube zensiert halt nicht lässt jeden scheiß darauf von daher war das für manche vielleicht irgendwie auch naheliegend die idee dass wir das versuchen könnten der kanal sieht auch dhvig aus benutzt unser logo schätze unser spendenkonto dahin unsere kontaktdaten und so weiter von daher sieht einigermaßen echt aus wir haben uns schon beschwert bei w-tube und wir werden mal gucken wie wir rechtlich dagegen vorgehen können wird aber schwierig gegen so eine plattform die kein impressum hat und so weiter und die von irgendwelchen merkwürdigen leuten betrieben wird da irgendwie was zu reißen werden wir sehen aber ihr wisst jetzt bescheid ja wir nix w-tube und der letzte hinweis in eigener sache frau lühmann hat geantwortet auf meinen offenen brief zum thema würdelose urinkontrollen im straßenverkehr erinnert euch das video wo im verkehrsausschuss bei der anhörung ich meine aussage dazu und frau lühmanns aussage von der spd gegenüber gestellt habe und ihr wild kommentiert habt erfahrungsberichte reingegeben habt in diesem offenen brief haben wir auch einen teil dieser berichte ausgewertet und gewichtet und so weiter und sie hat sich mühe gegeben sie hat offensichtlich dieses video schon gekannt und gesehen und kommentare gelesen sich damit beschäftigt und eben jetzt geantwortet ich pack die antwort auf die dhv seite da könnt ihr die selber nachlesen ich verlinke das hier und kommentiert das hier nicht weiter ja wenn ihr wissen wollt was sie schreibt lest halt die antwort und jetzt zum dollsten thema des tages der woche des jahres sogar vielleicht die diskussion um legalisierung von cannabis in new york die geht schon seit einer gefühlten ewigkeit ich habe ein bisschen in meinem persönlichen archiv gestöbert und die erste überschrift da mit dem titel new york city will will die legalisierung ist von 2015 sechs jahre her new york will die legalisierung sieht man mal wieder wie lange das manchmal dauern kann aber seit einer weile war klar dass beide kammern des parlaments grundsätzlich jetzt dafür sind dass da mehrheiten gibt für die legalisierung und der governor ist schon lange dafür zu legalisieren weil er die steuereinnahmen braucht new york ist chronisch pleite und er freut sich auf die einnahmen und den letzten monaten wurde dann jetzt noch über diverse details gerungen und jetzt haben sich geeinigt ja beide parlamentskammern haben jetzt dasselbe gesetz verabschiedet und governor como hat angekündigt dass er das gesetz auch gerne unterschreiben wird normal bin ich ja immer vorsichtig mit der verkündigung von sachen die noch nicht wirklich aller endgültigen trockenen tüchern sind aber in dem fall kann das wohl als sicher gelten new york legalisiert cannabis und was am meisten diskutiert wurde noch war die frage wie man den bisherigen opfern der prohibition des cannabis verbotes einer entschädigung zukommen lassen kann wie man die an den änderungen wie die davon profitieren können denn es gibt halt in den usa bei uns vielleicht auch aber in usa vermutlich noch viel dollar racial profiling dass also eben schwarze viel häufiger kontrolliert werden als weiße und überhaupt weiße am allerwenigsten ja nicht nur schwarze sondern auch andere minderheiten betroffen und die werden einfach die weißen werden einfach selten kontrolliert haben viel weniger strafverfahren sind viel weniger im knast wegen cannabis und so weiter weil sie einfach weniger kontrolliert werden aber nicht weil sie weniger konsumieren und das ist mittlerweile auch im zeichen der ganzen black life matters geschichte und so weiter ein thema und entsprechend ist jetzt der beschluss so dass ein großer teil der steuereinnahmen in benachteiligte communities fließen soll vor allen dingen in schulen aber auch in drogenberatungs- und präventions stellen und so weiter soll gute arbeitsbedingungen geben und förderprogramme damit benachteiligte am business teilnehmen können der markt soll so ausgestaltet sein dass auch kleine anbauer mitmachen können also jetzt nicht nur im benachteiligte sondern überhaupt kleine was ja in kalifornien eher umgekehrt ist wo halt das ganze so ausgerichtet ist mit riesen gebühren für lizenzen das kleine da schon sofort rausfallen weil sie unheimlich viel investieren müssen und die hälfte der lizenzen wiederum soll wiederum an benachteiligte gehen also da wird wirklich geguckt dass man ein bisschen was von dem schaden den die prohibition gemacht hat wieder gut macht und so titeln auch einige deutschen medien sowas wie gegen strukturellen rassismus new york will cannabis legalisieren ja ein argument das bei uns im prinzip überhaupt keine rolle spielt ganz interessant dass das da jetzt so im prinzip im vordergrund steht es wird jetzt wie üblich noch eine weile dauern ein zwei drei jahre bis ein legaler markt mit shops da ist wo die leute einkaufen können aber ab sofort darf man in new york drei unzen cannabis mit sich herumtragen das sind knapp 100 gramm und man darf sechs pflanzen anbauen drei davon in der blütephase und alle alten einträge wegen strafverfahren wegen cannabis vergehen werden automatisch gelöscht muss man sich nicht darum kümmern nichts beantragen wird einfach aus den akten gelöscht fertig in new york state leben laut wikipedia 2016 letzte angabe auf wikipedia 19,7 millionen menschen das ist also nach kalifornien jetzt der zweitbevölkerungsrechte us-staat der cannabis vollständig legalisiert und es ist der erste dieses jahr weltweit der dazu kommt auch zu unserer statistik zur legalisierten weltbevölkerung wie wir das flapsig nennen menschen die in gebieten leben wo cannabis vollständig legalisiert ist und da sind wir jetzt bei 167,3 millionen menschen angekommen die vom cannabis verbot befreit sind und ich glaube da kommt auch noch einiges dieses jahr es wird nicht bei new york bleiben nehme ich an mexiko alleine steht vor der tür und ich glaube auch noch ein paar andere us-staaten das bleibt spannend und eine kleine geschichte wenn ich gerade schon mal in usa bin muss die noch erzählen und zwar aus dem milwaukee county da wurde beschlossen die strafe für den besitz kleiner mengen cannabis zu reduzieren legalisieren können sie halt nicht sind für legalisierung sagen okay entkriminalisierung maximal und haben jetzt diese geldstrafe für den besitz geringer mengen cannabis auf einen dollar reduziert von 275 dollar auf ein dollar das ist meine klare ansage konsequente entkriminalisierung und gleichzeitig wird natürlich von höheren stellen gefordert dass im ganzen bundesstaat wisconsin cannabis legalisiert wird so kommen nach deutschland wo wir auf eine lange reihe von razzien in cbd shops zurückblicken und beim verkauf von cbd blüten nutzhanf blüten mit ganz wenig thc wird trotzdem den verkäufern ein verstoß gegen das betäubungsmittelgesetz vorgeworfen und am anfang dieser langen reihe von razzien stand die hanfbar in braunschweig und die sind jetzt auch die ersten die ganz oben angekommen sind beim bundesgerichtshof der über diese geschichte entschieden hat und was genau jetzt das urteil war darüber gab und gibt es viel verwirrung erstens sagt das urteil nutzhanfprodukte dürfen verkauft werden wenn der missbrauch zu rauschzwecken ausgeschlossen ist das klingt soweit gut ja die sachen sind legal man darf damit handeln wenn der missbrauch zu rauschzwecken ausgeschlossen ist gleichzeitig sagt das gericht aber auch dass der missbrauch von cbd blüten nicht ausgeschlossen ist ganz explizit die sind insofern betäubungsmittel hebt im prinzip punkt eins wieder so ein bisschen auf und das fußt im prinzip auf der argumentation mancher gutachter die sagen ja wenn man 15 gramm von diesen blüten nimmt für 150 euro und davon kuchen backt dann kann man theoretisch gerade so viel thc abkriegen für einen kleinen rausch also man kann sich damit berauschen ist nicht ausgeschlossen ist zwar praktisch völliger unsinn aber ja insofern ist es ein betäubungsmittel diese nutzhanfblüten mit denen sich kein normaler mensch berauschen kann der nicht 150 euro lieber ein richtiges gras anlegt das klingt also insofern schlecht und das gericht weist das verfahren zurück an die vorinstanz weil die nicht geprüft hat ob die verkäufer vorsatz hatten ob die vorsätzlich gehandelt haben ob die wollten oder in kauf genommen haben dass ihre kunden alle fürchterlich berauschen mit dem nutzhanf im kuchen und ja das wiederum ist verwirrend betrifft auf jeden fall nur das strafmaß für die leute von hand war und nicht die frage ob der verkauf nun verboten war oder nicht und seitdem wird wild spekuliert die branche sagt ja wunderbar dann schließen wir jetzt den missbrauch zu rauschzecken aus durch sachdienliche informationen auf der packung schreiben auf die packungsbeilage tu nicht 15 gramm nutzhanflüten in kuchen und dann ist gut und andere sagen ja gut weiß hat halt verboten aber wenn ich ohne vorsatz verkaufe welcher nicht bestraft also kann ja auch verkaufen und wieder andere sagen ja gibt eigentlich überhaupt keine verbesserung durch dieses urteil für die händler jedenfalls nicht in sachen hanf blüten unter dem strich ist die verwirrung also genauso groß wie vorher und die razzien gehen munter weiter in derselben woche ganz kurz vor bekannt werden des urteils gab es zum beispiel razzien in sieben hanfshops im rhein-main-gebiet und auch der familienbetrieb hanfzeit den nrw ist betroffen der schon seit jahrzehnten mit nutzhanf rum macht und da lange tradition hat und so die hatten verheerenden polizeibesuch ganze lager wurde aufgeräumt alles mitgenommen wird jetzt alles geprüft und die sitzen komplett ohne ware da also eine klare sache sieht anders aus dieses urteil hat jetzt nicht wirklich viel licht ins dunkel gebracht kennst du das auch du bekommst immer wieder schlechtes gras gar kein gras oder sogar gestrecktes bei einer legalisierung könntest du jetzt in ein schönes geschäft gehen dich beraten lassen und dir eine sorte aussuchen oder gleich im garten selbst anbauen quasi bio du hast den schwarzmarkt und die probleme satt und willst endlich legales gras wir kämpfen dafür und brauchen dich hilf jetzt mit deiner spende oder mitgliedschaft und mach mit uns legalisierung möglich für nur fünf euro pro monat schluss mit krimi kann er bis normal einfach online anmelden unter www.handverband.de unterstützen link in der infobox das thema bundestagswahl nimmt langsam fahrt auf derzeit diskutieren die parteien über ihre programmentwürfe ihre wahlprogramme zum beispiel der entwurf der grünen ist bekannt thema drogenpolitik wird hier und da schon mal kommentiert ich lasse das jetzt mit den details das machen wir dann wenn die wirklich beschlossen sind diese programme und wenn wir euch die dann sowieso wie immer schön analysieren einordnen und so weiter mit unserer wahl analyse und bei den grünen geht es ja nur um details ja ist eine luxusdiskussion die wir da führen im prinzip spannend wird es aber bei der spd denn die spd drängen wir schon seit langer zeit seit vielen jahren dass sie endlich mal ein beschluss fällt zum thema cannabispolitik die spd hat überhaupt keine meinung zum thema cannabis schon ewig nicht ja weder für noch gegen noch sonst irgendwie die stecken einfach kopf in den sand und cannabis gibt es nicht nur die bundestagsfraktion die haben eine eine ein positionspapier verabschiedet und jetzt taucht das thema endlich auch im programm der partei auf ursprünglich im ersten programmentwurf war cannabis nicht mit drin jetzt ist doch reingerutscht und das klingt sehr nach dem gleichen positionspapier der bundestagsfraktion so ähnlich keine stürmische eröffnung von hanffachgeschäften jetzt sofort legalisierung übermorgen sondern erstmal eine ernsthafte entkriminalisierung herabstufung der konsum der besitztatbestände zur ordnungsfähigkeit vielleicht noch mit einem dollar strafe oder so also konsequente entkriminalisierung und modellprojekte zur cannabis abgabe auf dem weg zur vollständigen legalisierung immerhin wäre meine positionierung und damit hat sie spd sogar zu einem spiegeltitel gebracht der sagt änderungen im wahlprogramm spd will kleine mengen cannabis legalisieren aber erst im letzten satz wird dann gesagt ja gut aber das programm ist noch gar nicht verabschiedet ja also gucken wir mal wohin das geht ob wirklich bis zur endgültigen verabschiedung dieser passus über cannabis drin bleibt wäre schon mal ein fortschritt für die spd auch wenn das nicht ganz so fortschrittlich klingt wie bei grünen linken und fdp aber ja das wäre auf jeden fall mal eine ernsthafte positionierung ja auch peinlich wenn sie wieder rausnehmen jetzt nachdem hat sondra rar gemacht hat bis in spiegel rein aber dass der spd auch zuzutrauen peinliche aktion kann aber bis wieder raus aus dem programm wir werden sehen auf jeden fall spannend fdp und linke kämpfen derweil im bundestag weiter tapfer gegen windmühlen bringen neue anträge ein habe ich gar nicht mehr mit gerechnet übrigens der antrag der linken viele haben ja gefragt nach der anhörung sachverständige zum thema alkohol und cannabis konsumierende fahrer im straßenverkehr gleich behandeln vielleicht mehr die anhörung gesehen meine beiträge dazu und so weiter jetzt ist der tag abgelehnt worden das passiert also nicht unmittelbar nach dieser anhörung sondern was später und jetzt ist soweit ist abgelehnt worden und die grünen haben mit den linken gestimmt für eine verbesserung der situation die fdp aber nicht die haben dagegen gestimmt warum auch immer sollte man wissen und jetzt gibt es aber wieder einen ganz frischen satz an anträgen was ja wirklich ich dachte okay jetzt der wahlkampf jetzt machen die da nichts mehr aber gut fdp hat die legalisierung von cannabis beantragt also nochmal den großen wurf im prinzip reingebracht und das auch zu begrüßen weil die fdp auch dem legalized gesetz der grünen nicht zugestimmt hat mit kritik im detail die haben gesagt ja dieses und jenes detail finden wir nicht so gut wenn wir mehr stimmen wir nicht zu von daher ist auch folgerichtig und korrekt wenn sie sagen okay machen wir einen eigenen antrag mit anderen details wenn auch nicht so ein riesen 80 seiten gesetzesentwurf aber ein paar details stehen im antrag drin die fdp bringt wieder apotheken zusätzlich zu fachgeschäften ins spiel als verkaufsstelle maximal 15 gramm soll man besitzen dürfen sagt die spd also in der öffentlichkeit es soll eine thc obergrenze eingeführt werden für cannabis produkte aber sie sagen nicht konkret wo die liegen soll sondern die soll gefunden werden diese obergrenze eine sinnvolle obergrenze wie auch immer die dann aussieht und echter knackpunkt die cannabis steuer soll sich am thc gehalt orientieren und zehn euro auf 100 milligramm thc betragen und das dann für eingraben handflüte mit zehn prozent allein zehn euro cannabis steuer und zehn prozent thc ist jetzt nicht unbedingt besonders stark also schon ein riesiger steueraufschlag und auch interessant von legalem eigenanbau ist da nicht die rede bin mal gespannt wie die dann auf unsere fall prüfsteine antworten ob die fdp für legalen eigenanbau ist oder nicht und was auch explizit drin steht auch ein nettes detail der anbau gentechnisch veränderter pflanzen soll ausdrücklich zugelassen werden muss man jetzt verbringen so einen antrag zu stellen wir wollen unbedingt gentechnisch verändertes marihuana in deutschland aber das war eben auch ein detail was die bei den grünen kritisiert haben die grünen wollten es ausdrücklich nicht haben gentechnisch verändertes cannabis und ja jetzt sagt die fdp halt eben doch ja wenn das irgendwie mit den eu rechtlinien passt dann genau gentechnisch wahrscheinlich jetzt an der grund warum die grünen diesem antrag nicht zustimmen werden nehme ich mal an bin gespannt und naja schieben die sich da gegenseitig die ablehnungen zu kommen zu den linken die haben ja auch noch einen antrag eingebracht und zwar auf eine unabhängige expertenkommission die soll einberufen werden um die deutsche drogenpolitik auf den prüfstand zu stellen inspiriert ist der antrag wohl durch eine petition der initiative my brain my choice aber die forderung nach so einer kommission ist auch schon viel älter viele erinnern sich vielleicht noch an die resolution der deutschen strafrechts professoren schon einige jahre her mittlerweile fast die hälfte aller deutschen strafrechts professoren hat da unterschrieben mit der forderung so eine enquete-kommission im bundestag einzuberufen durchzuführen um mal zu gucken ob denn diese deutsche drogenpolitik die repressive drogenpolitik nicht verändert gehört aber solange die aktuelle regierung im amt ist wenn die wahrscheinlich wieder alle abgelehnt die ganzen anträge da muss man natürlich fest mit rechnen und fachleute an die drogenpolitik ranlassen ist da nicht erwünscht offensichtlich völlig faktenferne drogenpolitik will man machen in deutschland aber immerhin diese show anträge die sowieso abgelehnt werden sorgen zumindest noch mal dafür dass sich die parteien auf beiden seiten klar positionieren wer ist dafür wer ist dagegen legalisierung und so weiter wer ist für gentechnik im cannabis und wer nicht immerhin wird schon mal ein bisschen diskutiert wie dann irgendwann mal cannabis legalisiert werden soll und immer weniger parteien diskutieren darüber ob müssen wir noch die cdu loswerden auch ein schönes stichwort jetzt gleich wieder für meine nächste und letzte geschichte die sehr amüsant fand aktivisten aus chemnitz haben sich gedanken gemacht wie man diese aktuelle korruptionsaffäre der cdu mit dem thema legalisierung von cannabis verknüpfen könnte und es ist ja einfach zu dem schluss gekommen da müssen wir halt auch politiker bestechen und kaufen uns einfach die legalisierung und dann wollten sie eine crowdfunding spendenaktion machen 10.000 euro da müsste eigentlich reichen ja irgendein cdu abgeordnet finn war schon der für 10.000 euro irgendwie die legalisierung durchsetzt und dann große überraschung hat die crowdfunding kampagne die sache abgelehnt ja da bestechungsgelder zu sammeln auf der plattform jetzt machen sie auf ihrer eigenen homepage wollen sie trotzdem weitermachen und haben sich darüber aufgeregt wieso denn die kampagne abgelehnt wurde man steht doch für transparente korruption und man sammelt quasi bestechungsgelder als instrument der direkten demokratie ja und damit haben sie es immerhin zu zwei zeitungsartikeln gebracht die aktivisten in chemnitz und allein deswegen war die ganze sache schon wert super sache voll mein humor und damit komme ich jetzt zu den terminen der ortsgruppen alles online treffen logischerweise in der aktuellen corona situation kaum was anderes vorstellbar und zwar in karlsruhe am 3 april rhein-neckar 5 april stuttgart 6 april hamburg auch 6 april koblenz 11 april und noch mal hamburg am 13 april alle gruppen freuen sich wenn ihr da vorbeischaut die einzelnen daten wie ihr da euch einwählen könnt und so weiter findet ihr auf unserer seite in der termin rubrik link in der video beschreibung wie immer klickt ihr euch dadurch guckt ihr wieder reinkommt wenn ihr lust habt mitzumachen das war's für heute abonniert diesen kanal liked dieses video glocke drücken und so weiter wisst ihr bescheid und damit wünsche ich euch noch einen schönen tag und einen grusamen abend Untertitelung des ZDF, 2020